Ja, es freut uns natürlich, dass wir nach mehr als zweijähriger Pause wieder zurück sind zur RE-MAX Austria Convention hier im Design Center in Linz. Knapp 600 Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzwerk haben heute wieder die Möglichkeit, Erfahrungsaustausch zu betreiben, voneinander zu lernen und das Beste aus allen Welten mitzunehmen. Und natürlich freuen wir uns auch schon auf den Abend, wenn wir auch unsere Erfolge aus dem letzten Jahr feiern dürfen. Heute Abend bei der Night of the Stars werden wir unsere großartigen Erfolge vom Jahr 2021 gebührend feiern. Plus 26,3 Prozent Honorarwachstum sind nicht selbstverständlich. Und mit diesem tollen Team, mit diesem tollen Netzwerk sind wir überzeugt davon, dass wir auch unsere Ziele 2022 erreichen werden. Team, mit diesem tollen Netzwerk ist ein sehr guter Punkt. Team, mit diesem tollen Netzwerk ist ein sehr guter Punkt. Herzlich Willkommen im wunderbaren Oberösterreich in Linz. Hinter mir die RE-MAX RE-CON 2022. Mein Name ist Ali Malocic. Ich bin heute der Keynote Speaker. Und es geht um Begeisterung für Kunden und für Menschen da draußen. Denn es geht darum, Empathie zu entwickeln und Menschen zu echten Fans zu machen. Und meine Keynote hat schon begonnen vor zwei Minuten. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin überzeugt, ein Lächeln verändert die Welt. Einfach die Mundwinkeln ein bisschen nach oben ziehen und damit zeigt man jeder Krise die rote Karte. Oft braucht man gar keine rote Karte, es reicht eine orangene Klaunase, die kleinste Maske der Welt. Und ich glaube, wir haben es alle verdient, uns wieder mehr die Erlaubnis zu geben, fröhlich zu sein, Leichtigkeit zu leben und andere Menschen mit der gleichen Wertschätzung zu behandeln, wie wir gerne behandelt werden wollen. Und Spaß, verspreche ich euch allen, macht's auch.